Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Gabriel Knight 1. Ja, in der letzten Folge haben wir doch ein paar Sachen rausgefunden. Zum Beispiel, dass Malia drin steckt, in dieser Sekte, wo diese Mörder begeht. Und dass sie besessen ist von einer Loire, einem Voodoo-Geist, und zwar von Tetalo. Und dass diese doch irgendwas mit unserer Familie zu tun hat. Da haben wir ja das Guntas Tagebuch schon gelesen gehabt. Und ich würde sagen, es ist jetzt Zeit, Wolfgang nochmal anzurufen. Und das machen wir doch jetzt gleich mal. Also 011, dann den 49. Konnten wir keine Wahlwiederholung machen, das ist ja blöd. 011, 09, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 3. Guten Tag, Sie haben Schloss Ritter erreicht. Das ist Gabriel Knight. Kann ich mit Wolfgang sprechen, bitte? Ja, Herr Knight. Ein Moment, bitte. Gabriel, es ist so gut, deine Sorge zu hören. Ich hatte so einen Traum letzte Nacht. Es gibt eine gute Grund, für das, Uncle Wolfgang. Wir müssen sprechen. Gabriel findet Wolfgang an den Erwachsenen der letzten Nacht. Es ist sogar besser, als ich dachte. Wir müssen darüber sprechen, was ich tun soll. Sag mir über dich selbst. Ich hoffe, es wird später Zeit für das, Gabriel. Nachdem das alles übernommen wird. Für jetzt müssen wir mit der Sache an der Hand. Okay, dann New Orleans. Bringt wahrscheinlich überhaupt nichts, aber wir machen es trotzdem mal. Was kannst du mir über New Orleans erzählen? Es war nur eine andere amerikanische Stadt für mich. Bis ich habe zu träumen über dich. Jetzt fühle ich mich, dass es dir nicht sicher ist für dich da. Ich wünsche dir, dass du weg bist. Okay, kann er uns etwas über Voodoo erzählen? Was kannst du mir über Voodoo erzählen? Meine Bibliothek hat viele Bücher über den Kulten und Religionen. Und ich habe darüber gesprochen, dass du in diesem Punkt mehr direkte Erfahrungen hast, als ich. Was kannst du mir über Voodoo erzählen? Es klingt, als ob du viel gelernt hast, während deiner Investition in New Orleans. Vielleicht kannst du mir übernommen, wenn wir eine Chance haben, zu sitzen und sprechen. Gut. Was wissen Sie von den Voodoo murderen? Ich weiß nur was du mir gesagt hast. Sie sind sehr ähnlich wie die Kulten in Günther's Journal. Was wissen Sie von den Kulten? Ich habe nicht studiert den Thema. Ich habe einen intensiven Verlust für sie. Was kannst du mir erzählen über St. John's Eve? Ich bin Angst, dass ich es nie gehört habe. Was wissen Sie, was Kabri Sancao bedeutet? Nein. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es ein Götchen ohne Horns bedeutet. Es ist ein termes benutzt für die Menschen in Voodoo. Na ja, hoffen wir es mal. Wissen Sie nichts über Marie Laveau? Nein, ich bin Angst, nicht. Ich habe Ruhmungen von einem secreten Hausfall. Hier, in New Orleans. Ja, ich bin sicher, dass sie ein Tempel haben. Das wäre wahrscheinlich ein sehr elaborierter. Du solltest nicht näher gehen, doch nicht alleine. Wissen Sie nichts über Animalmasken? Ja, Tentenloos-Leute tragen Animalmasken für die Runde. Wissen Sie nichts über die Runde. Das ist nicht überhaupt nicht komisch. Viele Gruppen der Runde sind sehr stark auf Toten an Animalmasken. An Animal haben so viele Träte primärer Wissen. Spiritualität, gut oder schlecht, ist es um zu erreichen, diese pure Läufe. Aggressiv und künstler, wie der Schneck. Agile und nützler, wie der Monke. Auch unsere Familie ist mit der Image von einem Lion. Do you know anything about Veves? It is a visual symbol of one or more Loa. Each Loa has its own sign, which is used to summon it. Have you ever heard of Damballa? Damballa is a snake. He is a Loa, a Wudun God. Yes, he is one of the primary Loa of the Getty tribe. Ah, I see. Good work. That information might prove useful. So, jetzt noch die zwei anderen Sachen. Does Ogun Bada Grimm mean anything to you? It is a Wudun Loa, is it not? Yes, a particularly nasty one, so I understand. Have you come across anything about it in your research? He seems to be feared by most Wudun groups. That's all I know. Okay, Black Voodoo noch. Do you know anything about Black Voodoo? My library contains many books on the occult and religions. And I have read about some particularly evil Voodoo-Kults. But you at this point have more direct experience. Ja, das hatten wir schon mal. Do you know anything about Radha-Drums? Radha-Drums? You mean ceremonial drums? Yes, the Getty tribe uses Drummers around the corridor as Relay-Messengers to keep track of their business. Ah, so Strums have a ceremonial use too. It would be useful to know their code, Gabriel. I had Grace find some information on them. I can see you already have the mind of an investigator. I hope it serves you well. Bisher schon. Bisher hat es uns neue Schwierigkeiten gebracht. Naja, mehr oder weniger. Jetzt machen wir mal die zwei wichtigen Gespräche. Fangen wir erstmal mit Schattenjäger an. Was kannst du mir über Schattenjäger erzählen? Natürlich. Ich habe manchmal vergessen, wie wenig du von der Familie kennst, Gabriel. Ich habe nie entstanden, wie Heinz konnte er seinen Kindern bleiben ignorieren. Aber jetzt ist nicht die Zeit für diese Diskussion. Schattenjäger sind wirklich zwei Worte in Englisch, Gabriel. Schatten bedeutet Schadow und Jäger bedeutet Hunter. Schadowhunter. Ja, Schadowhunter. Wir Wittler haben schon Schattenjäger seit vielen Jahren. Keiner ist sicher, wann es beginnt oder wie. Aber wir haben Rekord von Ancestors so früh wie der 13. Jahrhundert. Fulfillen diese Rolle. Unsere glauben, dass die Rolle uns das gegeben hat, wenn... Ach! Aber solche Fantasien können nicht von dir amüsten, Gabriel. Die meisten Menschen sind komplett blind zu dem Fakt, dass der Schäden existiert. Schäden der Dunkelheit, Spirits, Vampires, Witches, Demons. Diese Dinge sind real. Hier, es ist zu ihrer Vorteil, dass die Welt so scientifisch, so zynisch geworden ist. Aber wir wissen, dass sie existieren, Gabriel. Und wir holen sie. Wie holen sie? Und warum? Warum? Weil es unser Geheimnis ist. Wie, warum? Das ist etwas, was man lernen muss. Aber es ist nicht leicht erklärt über den Telefon. Okay. Nicht zu vergessen, die Werwölfe. Mit denen werden wir auch noch Bekanntschaft machen. So, aber jetzt fahren wir erstmal wegen Tetalo. Tell me about Tetalo. Well, from your description of the ritual last night, I'd say that Gunters mistress Tetalo is now the primary Loa for the Getty tribe. It seems she still controls them by possessing our female descendants and speaking through them. You're remember in Gunters journal, he said that Tetalo was possessed by her father's Loa during the killings in Charleston. This sounds similar, but Tetalo has obviously become a much more powerful Loa than her father ever was. Probably because of the added power of the Talisman. Is there anything else you can tell me about Tetalo? I believe she truly loved Gunter. After all, she was raised to be your father's daughter. The religion was not a choice she made, but a duty she endured. How can she be blamed for that? The spirit that she has become, that is a different matter. It is utterly evil. I am certain, that the Loa Tetalo bears little resemblance to the woman she was before the burning in Charleston. She was once a beautiful and intelligent woman. And she probably did not deserve Gunters Betrayal. But the Tetalo V-Fight now is more akin to her tribe's dark gods than to anything human in nature. Jetzt haben wir noch den Talisman. Let's talk about the Talisman. I myself have only seen it in old sketches and paintings and in my dreams. It was in the family for centuries before Tetalo took it. It is believed to be as old as the role of Schottenjäger itself. The Talisman has genuine power. I don't know how or why, but it is so. The Schottenjäger swore to use the power for good, never for evil, for defense, not offense. We've been searching for the Talisman for years. It's a terrible thing, to know that something powerful, that was entrusted to us, is in the wrong hands. With the Talisman, Tetalo has all the power and we none. The only possible way to fight her is to regain the Talisman. Then we will at least be on more equal footing. Okay, wir brauchen also diesen Talisman, der wird uns sehr helfen und unseren Gegner, also diesen Voodoo-Kult, sehr schwächen. How can we regain the Talisman? The Talisman is probably buried with Tetalos remains. That's what gives her Loa so much power. To find the Talisman, we must find her remains. Is there anything else you can tell me about the Talisman? The most important thing about the Talisman is that it will be once again in the hands of the Schottenjägers. We werden ihn schon zurückbekommen, hoffe ich jedenfalls mal. How would we find Tetalos remains? Ah, wir haben diese Frage lange Zeit, wir Reuters. Es gibt zwei probabilität. Die erste ist, dass die Talisman ist mit der Talisman in New Orleans. Die andere ist, dass die Talisman zurückgekommen zu einem sacreden Ort, näher der Talisman originalen Land. Wir haben versucht, zu finden Tetalos' Afrikans, aber Gunter sagt so wenig in seinem Journal über ihre Talisman. Das hört sich nicht so gut an, also wir wissen so gut wie gar nichts, also. Wie finden wir Tetalos' remains again? Wir müssen die Talisman original afrikaner Land locaten. Seine remains might be there, oder sie might be in New Orleans, buried among their descendants. Let's discuss the possible African homeland. All right. Have you learned anything that might help us locate it? I spoke with the Professor Hartridge. Unfortunately for him. He thinks the tribe's name was Agree and that they live near the Fahm tribe in what's now called the People's Republic of Benin. This is incredible, Gabriel. I must go research this new information in my library right now. Wait, what should I do? Stay low. If you get a chance, you might look into the possibility that Tetalos' remains are somewhere in New Orleans. But don't try to broach their private areas without my assistance, Gabriel. You will make a fight, Schattenjäger, but only if you are not dead. Um, sure. I'll wait. Goodbye, St. Gabriel. And remember, if you need a place of safety, come to Schloss Ritterk. Gut. Die Schattenjäger-Arrungenschaft freigeschaltet. Sehr aufschlussreich, würde ich mal sagen. Dann schauen wir doch erstmal in die Zeitung. Die Schattenjäger-Arrungenschaft freigeschaltet. Die Schattenjäger-Arrung Gast. Jede Hallowein. Gabriel kennt es besser. Gabriels Horoskop sagt heute, dass der Wälder, der weiß, wann zu kämpfen und wann zu der Hälfte von Dodge. Geh und hilf mir, ich beginne zu hören, zu diesem Mann zu hören. Vor allem nach der letzten Nacht dürfte es ihm das doch mal gut tun. Gut Kaffee. So, dann reden wir mal schnell mit Grace. So, ähm, chat erstmal. Grace, über die letzte Nacht. Ich habe bereits gesagt, was ich darüber zu sagen muss. Sind Sie okay? Ich wäre so schade, wenn Sie all diese Voodoo-Kracken geben würden, Gabriel. Ich bin sorry, dass ich Sie in das getroffen habe, Grace. Nicht mich über mich, einfach rauskriege dich von diesem Schuss. Hast du irgendwelche Ideen, Grace? Ja, rauskriege aus. Du bist so hilfreich. Was haben wir sonst noch? Hast du Messungen für mich? Ich habe alles zu dir gegeben. Ja gut, das war's wohl. Hm, was machen wir dann als nächstes? Ich würde sagen, wir verlassen mal das Ding. Und schauen uns draußen mal ein bisschen um. Ich gehe jetzt ein bisschen. Sei vor. Gut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Grandma. Wahrscheinlich. Ich würde so ganz gern warnen, dass da gerade was im Busch ist. Falls es denn überhaupt geht. So, reden wir kurz mit ihr. Gehen wir kurz, Graham. Natürlich, mein Junge. Wie kann ich helfen? Okay, es gibt nichts. Okay, sehr gut. Ich hätte dir einfach vorgeschlagen, das, was ich irgendwie warnen könnte oder sonst irgendwas. Und gut, dann geh mal wieder. Geh mal wieder. Ich werde es versuchen, Graham. So, können wir da hingehen? Äh, das macht das sogar. Ich glaube zwar nicht, dass das eine gute Idee ist, aber wir probieren es mal. Da hätte man vielleicht auch ein bisschen was anderes Zeit machen sollen, dass er da nicht hingehen will oder sonst irgendetwas. Naja gut, wie dem auch sei. Gibt es hier vielleicht noch irgendwelche Spuren? Wahrscheinlich kennt er den Weg nicht mehr, oder? Ja, okay. Also nichts mehr von Interesse. Dann schauen wir doch mal beim Jackson Square nochmal vorbei. So, was mich jetzt interessiert ist, können wir jetzt nochmal... Nee. Schade. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was der noch als... Was der für eine neue Mitteilung hat, was der trommelt. Aber das kriegt man leider nicht raus. Sehr, sehr schade. Auch eine ganz blöde Idee, mal ins Museum zu Dr. John zu gehen. Na gut, das wäre eh eine dumme Idee gewesen. Gehen wir mal hierher noch. Hier gibt es auch keine neue Mitteilung. Und schaut euch das mal an. Hier ist offen. Das heißt, wir kommen hier rein. Vielleicht ist das hier irgendwie der geheime Stützpunkt. Das Horn 4. Nun ja, wie dem auch sei, wir werden es rausfinden. Aber nicht in dieser Folge. Dann macht's mal gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also dann, tschüss. Wir machen's. Ich danke euch. Wir machen uns mal wie Sch derecho. Wir machen uns das.